Der Bitcoin ist bei 35.000 Dollar und man hört es überall, die Institutionen sind zurück. 300 Millionen in der letzten Woche, ein neuer Asset-Zufluss-Rekord seit Juli 2022 von institutionellen Investoren. Heißt das jetzt, es geht nur noch nach oben, zumindest das zeigen die Daten, auch ein neuer Rekord in Sachen Hebel von Institutionen an der CMI-Börse. Warum das mit sehr, sehr großer Vorsicht zu betrachten sein sollte und wie es vermutlich mit der institutionellen Entwicklung weitergehen könnte, das schauen wir uns heute in der heutigen Folge Crypto-News an. Außerdem in weniger als 24 Stunden, aktuell ein Tag 44 Minuten, ist das nächste FOMC-Meeting. Morgen ist es soweit und ich weiß, die letzten Meetings, die waren relativ langweilig, aber dieses Mal wird es tatsächlich das wahrscheinlich wichtigste Meeting dieses Jahr. Die Inflation ist zurück, sie ist am Ansteigen, sie ist weit davon bekämpft zu sein. Allerlei Negativ-Indikatoren für die US-Wirtschaft schlagen aktuell negativ und ich spreche nicht von dem BIP, der aktuell positiv ist, sondern von den tatsächlichen Indikatoren und Jerome Powell weiß das natürlich. Das heißt, wir haben einen potenziellen Negativ-Katalysator, der uns vielleicht innerhalb von einem Tag runter bewegen könnte, denn der Bitcoin weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht und wir haben einen potenziell positiven Katalysator, so wird es zumindest aktuell betrachtet, die Institutionen mit dem unendlichen Geld, was die hier haben, das uns dann doch nochmal weiter nach oben bewegen könnte. Wir schauen uns an, was ist wahrscheinlicher, wie sieht es rein logisch gesehen aus. Beide Seiten, Pro, Contra, meine These, meine Gegenthese, all das in der heutigen Folge CryptoNews. Falls du noch auf dem Kanal bist, lasst gerne ein Abo, da findest du alles rum, was das Thema geht, Crypto, Makroökonomie und Wirtschaft und damit würde ich sagen, let's do this. Ja, Freunde, it's been a while, eigentlich gar nicht so lange, denn auf meinem Kanal habe ich vor ungefähr zwei Tagen ein neues Video hochgeladen, in dem es aber nicht um CryptoNews ging, sondern um meine Altcoin-Trading-Strategie, die Hebel involviert, aber risikofreien Hebel. Ich weiß, dieser Mythos um risikofreien Hebel, das geht doch gar nicht, wenn du Hebel benutzt, wirst du ja liquidiert. Schaut euch das wieder an, da kläre ich es im Detail. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass ich das veröffentlicht habe, außerdem der Andrang aktuell auf unsere private Trading Community AlphaDuel ist unglaublich hoch. Wir sind bei über 5000 Signups, da wird es am Ende nochmal ein paar Infos geben und potenziell auch für den einen oder anderen, der mit uns zusammenarbeiten will, ein paar Stellenausschreibungen. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran. Nichtsdestotrotz, wir haben aktuell eine super interessante Entwicklung beim Bitcoin, denn der macht entgegen unserer Erwartungen aktuell einfach mal gar nichts. Wobei eigentlich unsere Erwartungen sind ja damit erfüllt. Wir sind davon ausgegangen, dass erstmal wahrscheinlich nicht so viel passiert. Wir haben uns natürlich long positioniert und bleiben auch weiterhin long. Das könnte sich aber für den einen oder anderen von euch abhängig von seinem Ziel, ich werde darauf heute eingehen im Video, vielleicht ändern. Ich würde sagen, bevor wir erstmal damit anfangen mit einem kleinen Recap, was mit den Institutionen los, was ist passiert beim Bitcoin, ganz kurz am Anfang des Videos. Es scheint so aktuell, dass FTX immer mehr in diesem Insolvenzverfahren nach vorne schreitet, sodass wir wahrscheinlich vielleicht sogar 100% oder sogar noch mehr, abhängig davon, wie viel Wert die Assets am Ende haben, zurückkriegen von dem, was wir verloren haben. Ich wollte es euch nur einmal sagen an dieser Stelle, die, die dann einen Claim eingefallt haben oder alle, die Geld verloren haben, es sieht aktuell sehr, sehr positiv aus. Das geht vor allem damit einher, dass jetzt auch Google 2 Milliarden Dollar in das AI-Startup Anthropic investiert hat, wo FTX ja damals mit unseren Geldern 500 Millionen investiert hat. Und ja, ich freue mich da einfach und ich wollte diese Entwicklung mit euch teilen. Und heute, exakt vor 15 Jahren, wurde das Bitcoin-White Paper erstmals veröffentlicht. Das seht ihr hier, ich habe es in einem Screenshot gepostet, 31. Oktober, 14 Uhr, 2008. Also Happy Birthday Bitcoin-White Paper an dieser Stelle. Auch Gary Gensler hat komischerweise Satoshi Nakamoto gratuliert, indem er geschrieben hat, wenn Satoshi Nakamoto zu Halloween als Satoshi Nakamoto auftreten würde, könnten wir das dann erkennen. Ich weiß auch nicht, was er uns damit sagen möchte. Vielleicht, dass der Spot-ETF ja kommt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, die Institution, der ganze Hype, was ist passiert. Ich habe einen kleinen Recap auf Twitter geschrieben, übrigens folgt mir gerne auf Twitter, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wo ich sage, hey, wir kriegen immer mehr Aufmerksamkeit aktuell, vor allem in Erwartung dieses Spot-ETFs. Der ist besonders interessant, für die, die es nicht verstehen, für die Institutionen, für die ganzen Pensionsfonds, die dann sagen können, wir werden jetzt 2% von unserem Portfolio nehmen und in diese alternativen Assets investieren. Und das reicht für uns dann schon aus, für einen unglaublichen Preisanstieg, das habe ich auch und da spreche ich auch auf meinen Twitter öfters drüber, wenn ihr auf meinen Highlights-Tab geht, kann ich auch jedem nur empfehlen, der neu auf meinem Twitter-Kanal ist. Dann könnt ihr ganz klar sehen, dass ich persönlich schon vor sehr, sehr langer Zeit superbullische Tweets dazu getweetet habe, damals noch, warum 2025 bis 2030? Und das liegt eben an der Rezession, weil wenn die Rezession vorher kommt und die Liquidität nicht da ist, dann wird kein Bullrun passieren. Aber getrieben von Institutionen, Pensionsfonds und privaten Anlagevorsorgevermögen kann der Bitcoin, wenn auch nur ein mickriger Teil dessen durch diese Vermögensverwalter, wie beispielsweise BlackRock, die es ja an ihre Kunden verkaufen wollen, weil es ihr Incentive ist, auf ein neues gigantisches Allzeithoch, was wir so noch nie gesehen haben, fließen. Wo dann auch teilweise, wenn nur 0,5% des Ganzen in Krypto fließen würde, der ganze Markt sich ver-15-fachen würde. Das könnt ihr euch, wie gesagt, auf meinem Twitter nochmal genau durchlesen, aber deswegen ist dieser Hype um diesen ETF so groß, weil es die Kapitalschleusen eben öffnet. Das habe ich hier auch versucht zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, warum die KI hier dann noch so irgendwelche Kriegssachen mit reingemacht hat. Ich denke mal wegen Amerika einfach, weil die ja dafür bekannt sind. Jedenfalls gibt es zwar noch Unsicherheiten, wann kommt es, kommt es überhaupt, aber das Momentum baut sich auf. Und jeder und jeder seine Oma will aktuell quasi dieses ETF-Approval frontrun, buy the rumors, sell the news. Das ist das, was uns hochtreibt. Aber wir haben eben auch überraschenderweise nicht nur das, sondern wir haben tatsächlich die SEC, die jetzt anfängt, mit den ganzen Applikanten in Kontakt zu treten, Amendments zu machen und so weiter und so fort. Für uns ist aber interessant, woher kommt das Geld? Fließt das wirklich von den Institutionen oder nicht? Was bewegt den Markt? Nicht irgendwelche Amendments, wenn sie am Ende eh keinen interessieren. Weil der Kurs hat sich ja die letzte Woche, wenn wir uns den Kurs anschauen, absolut gar nicht bewegt. Seitwärts in einer kleinen Mini-2%-Range. Ich habe sie auch auf Twitter gepostet. Also wirklich 2,19% während der Hebel sich am ansteigen ist, ist vielleicht eine brenzlige Situation. Dazu kommen wir später. Aber was ist passiert? Wir haben von CoinShares, von denen kriegen wir immer wieder die Zusammenfassung, die schauen Sie nämlich an, die ganzen Börsen und Plattformen, wo die Institutionen handeln, sowas wie CME oder der kanadische ETF. Wie viel Geld fließt rein, wie viel Geld fließt raus und das ist das Delta von dem Ganzen. Das heißt, es sind nicht nur 300 Millionen Zuflüsse, sondern nach den Verkäufen haben wir einen Überschuss von 300 Millionen, der in den Markt geflossen ist. In der letzten Kalenderwoche, was eben ein neuer Rekord so seit Juli 2022 ist, wo der Kurs beim Bitcoin noch auf einem ganz anderen Niveau war, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Jetzt könnte man sagen, hey, das ist es. Das ist doch der Grund, warum der Bitcoin gestiegen ist. Die Institutionen sind zurück. Wir können jetzt mit der Fahne wedeln und wir sind jetzt die Sieger und wir wissen es und wir müssen jetzt noch mehr einkaufen, weil die werden jetzt noch weiter dazu kommen. Und auch wenn diese Aufwärtsbewegung vermutlich zu einem gewissen Teil durch Institutionen getrieben ist, muss man sich doch mal ganz klar darüber sein, dass 300 Millionen in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden beim Bitcoin mit Milliarden von Handelsvolumen am Tag, doch nicht so ausschlaggebend ist, dass wir dann plötzlich 20 Prozent nach oben explodieren. Institutionen, die in der Lage sind, eine gute Preisausführung ausführen zu können über TWOP-Orders, über verschiedene Zeit. Nichtsdestotrotz, die Daten sprechen ja für sich, denen kann man ja nicht widersprechen, wenn man da reinschaut. Aktuell, wir haben ein neues Hoch, zumindest im letzten Jahr an Open Interest, an Hebel, an der CME-Börse. Wenn wir hier mal auf alle gehen, dann sehen wir, wir sind teilweise auf einem höheren Stand als beim ersten Anlauf aufs Allzeithoch, was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, weil es uns eigentlich signalisiert, dass die Institutionen eher aktiver waren, als das Fake-Out-Top da war. Okay, schauen wir mal weiter, auch das Volumen ist auf einem neuen Jahreshoch, auch Optionen werden jetzt öfter gehandelt und der GBTC Premium ist jetzt nur noch bei minus ungefähr, wo sind wir, 15, 17 Prozent. Ein Niveau, was wir auch zuletzt beim letzten Fake-Out-Allzeithoch hatten hier beim Bitcoin. Also ein bisschen suspicious, aber interessant, das Volumen ist auf jeden Fall da und da hat sich ein Twitter-User die Mühe gemacht. Einfach mal diesen Chart mit dem Bitcoin-Kurs zu hinterlegen und aufgezeigt, die letzten Male, wo wir die Hochs im Open Interest, zumindest in der aktuellen Marktphase haben. Und das ist hier ganz wichtig zu begreifen, denn wenn wir jetzt anfangen, die Kurse mit dem Allzeithoch zu vergleichen damals, dann sollten wir vielleicht auch die Liquiditätssituation mit dem Allzeithoch damals vergleichen. Und die Liquiditätssituation mit dem Allzeithoch damals war eine ganz andere. Ihr seht, die Zinskurve war nicht negativ. Wir hatten keine knapp 6 Prozent Leitzins und die Arbeitslosenquote, auch wenn sie aktuell nicht danach aussieht, auch die ist klammheimlich am Ansteigen. Das heißt, die Liquiditätssituation, auch die Geldmengenkontraktion, es war eine ganz, ganz andere Situation. Wir sollten schon das Marktumfeld so betrachten, wie es aktuell ist. Und aktuell ist das eher ein Signal, ganz hart auf hart gewesen, dahingehend, dass das wahrscheinlich Local Top Area ist. Nicht, weil das bedeutet, jetzt müssen wir toppen, sondern das hängt ja dann im Zusammenhang mit anderen Dingen zusammen. Eine andere interessante, nicht vorhandene Korrelation ist aktuell die mit dem Nasdaq, den Tech-Börsen oder den Tech-Aktien im amerikanischen Raum, die auf einem Tief seit 2021 ist. Auch das ist merkwürdig, weil es sind ja dieselben Institutionen und die bewerten ja die Risikoassets gleich. Oder man könnte jetzt hier sehr, sehr optimistisch und euphorisch sein und sagen, nee, das liegt daran, weil Larry Fink im Fernsehen gesagt hat, Bitcoin ist eine Zuflucht zur Qualität. Und ich sehe es natürlich nicht anders, Leute, aber man muss hier wirklich realistisch bleiben. Denn in der Realität haben wir uns seit der Aufwärtsbewegung nicht mehr bewegt. Wir sind einfach nur nach seitwärts geschwommen, geflogen, geschwebt. Wir haben zwar positives Funding, aber so richtig passiert ist seither nicht wirklich was. Wir haben den einen oder anderen Liquidity Crunch gehabt, aber auf kleinerem Niveau. Wenn wir uns das Live-Bild einfach mal anschauen, dann seht ihr hier die Aufwärtsbewegung beim Bitcoin. Und jetzt aktuell die Range, die wir hier eigentlich haben, die wird immer enger und immer kleiner. Immer noch so ungefähr 2,22 Prozent des Open Interests. Das ist es sich so leicht am Aufbauen hier. Wie ihr sehen könnt, aggregiert von ungefähr 6,3 Milliarden auf 6,8 Milliarden Stablecoin basiert. Und das Funding, das ist die ganze Zeit positiv. Wir haben jetzt nicht unendlich viel neuen Hebelzufluss. Es ist einfach so ein bisschen eine stillschweigende Situation. Und jetzt ist natürlich die Frage, und da deuten eben auch viele weiter darauf hin, es geht nochmal nach oben, es gibt nochmal einen Squeeze, es ist noch nicht vorbei. Wir erreichen die 40.000 Dollar. Ich sage an dieser Stelle ganz klar schon mal, ich habe keine Glaskugel. Aber wenn man sich ganz rational und nüchtern die Situation anschaut, dann muss man sich über eine Sache zumindest mal bewusst machen. Wir haben uns ja jetzt hier in dieser Aufwärtsbewegung einfach mal so 30 Prozent nach oben katapultiert. Bitcoin never goes up in a straight line. Das haben oder vergessen vielleicht viele in Bullenmärkten. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass der Bärenmarkt vorbei ist, geht es mit Bitcoin nie nur bergauf, ohne dass es zwischenzeitlich auch mal Korrekturen geht. Da können wir uns dieses Diagramm einfach mal anschauen. Und da vergleichen wir den Bitcoin mit den letzten Bullenmärkten oder mit den anderen Zyklen, die wir vorher hatten. Im ersten Halving-Zyklus, im zweiten Halving-Zyklus und jetzt im aktuellen Bärenmarkt. Und dann sehen wir, dass dieser Move prozentual und vom Timing her in ein Muster fällt, unabhängig jetzt vom Halving. Wir wissen ja, dass die Korrelation auch sehr stark mit der Geldmengenausweitung und eben auch Kontraktion ist. Aber was wir erkennen ist, dieser Anstieg hier beim Bitcoin, so einen Anstieg kriegen wir prozentual in fast jedem Zyklus, bisher zumindest. Und so ein Anstieg heißt nicht, dass es dann einfach unendlich nach oben geht, sondern wir haben zwischendurch eben auch immer wieder Korrekturen. Ich zeige es gerne hier in diesem Momentum-Chart. Ihr seht, das Momentum hat sich im Daily-Chart jetzt über die letzten Tage sehr, sehr positiv ergeben. Aber selbst wenn wir in die Vergangenheit schauen, jede Aufwärtsbewegung, die wir hier alleine in den letzten paar Monaten hatten, die hat auch zu einer längeren Seitwärtskorrektur geführt, ehe es dann weiter nach oben geht. Also selbst wenn man davon ausgeht, es geht weiter nach oben, heißt es nicht, dass Bitcoin in einer geraden Linie nach oben geht. Und wenn wir uns das einfach mal in einem Vergleich, jetzt nicht zwangsläufig hier mit dem Bullenmarkt, wo eh das gesamte Geld aus jeder Ecke geflossen ist, aber mit dem letzten Bärenmarkt beschäftigen, dann sehen wir auch dort gab es diese Aufwärtsbewegung. Gut, das ist jetzt der Covid-Crash, aber selbst hier bei dieser Aufwärtsbewegung, die danach in dem Bullenmarkt resultiert ist, nach dem Covid-Crash, ihr seht, danach ging es hoch, selbst da ging es dann erstmal seitwärts, Shakeout, 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 liquidiert, 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 dann sogar nochmal runter, also alle dann wahrscheinlich wieder bärisch und erst dann ging es wieder hoch. Das heißt, seid euch einfach darüber bewusst, so wie es der Autor sagt, Bitcoin pumpt zwar gerade und es gibt Hoffnung und es kann auch noch ein bisschen weitergehen und es kann auch vielleicht noch ein bisschen mehr weitergehen oder es ist der neue Bullenmarkt, aber, und das weiß keiner, was wir wissen ist, dass Bitcoin nicht einfach in einer geraden Linie nach oben geht, außer wenn wir tatsächlich wirklich das neue Allzeithoch erklommen haben und uns in einen neuen Bullenmarkt bewegen. Aber, wie gesagt, angesichts der Makrosituation, die wir aktuell haben und dem Partybreaker, gehe ich nicht davon aus, dass wir uns in dieser Marktzyklusphase aktuell befinden. Da muss man auch wirklich einfach die Kirche im Dorf lassen. Auch hier nochmal ein Beispiel, ich sage ja immer, buy the rumor, sell the news, das wird wahrscheinlich so ein Event sein mit dem ETF Approval, ein kleiner Vergleich mit den ganzen Halving Events, dem Ethereum Merch und auch mit dem ETF Approval. Wir haben meistens tatsächlich bei diesen größeren Events ein, ja, sell the news Event und auch jetzt aktuell, das sage ich ja immer wieder, das ETF Approval, selbst wenn es morgen kommt, heißt es nicht, dass unendlich viel Kapital direkt in den Bitcoin fließt. Wir haben aktuell einfach wenig Liquidität im Markt. Das ist die Situation. Und da kommen wir auch direkt schon zum Partybreaker. Was kann uns denn die Party sausen lassen mit dem Bitcoin auf die 40k? Und glaubt mir, ich würde es auch gerne sehen. Auch ich bin aktuell in einer Long-Position, aber ich formuliere meine Gegenthese besser aus und bin besser informiert, als dann am Ende kalt erwischt zu werden. Denn der S&P 500 hat seinen 200er-Tagesdurchschnitt nach unten hindurchbrochen. Ihr könnt es sehen, hier war unser Allzeithoch, dann sind wir runter, drüber, waren dann erstmal bullisch und der S&P 500, der bewegt sich sehr, sehr stark und interessanterweise sehr, sehr zuverlässig nach diesem Muster. Wenn es drunter geht, ist es bärisch, wenn es drüber geht, ist es bullisch. Wir sind halt, wie gesagt, jetzt runtergebrochen. Heißt nicht, dass es unendlich weiter drunter geht, muss auch nicht sein, dass jetzt der nächste Covid-Crash kommt, aber was auf jeden Fall gewiss ist, dass wir uns aktuell auf das Level des 200er Weekly Moving Averages bewegen, beim S&P 500, beim Light Index quasi, für die Weltwirtschaft. Und wenn es da drunter geht, dann sieht es gar nicht gut aus. Und jetzt ist die Frage, warum geht es darunter? Naja, weil die Hütte am Brennen ist. Auch wenn der Bitcoin aktuell am Steigen ist, Leute, die Hütte, die wir Weltwirtschaft nennen, die ist aktuell am Brennen. Ich zeige euch einfach mal hier ein paar Charts. Ich habe es heute auch auf Twitter getweetet. Wo ist denn diese Rezession, von der du redest? Ja, sie ist am Kommen. Schauen wir uns die Charts an. Verkäufe, existierende Verkäufe für Eigenheime sind bei einem 13-Jahres-Tief. In Amerika liegt das meiste Kapital von Privatpersonen in ihrem Eigenheim. Also absolut nichts Gutes. Die M2-Geldmenge ist minus 3,6% im September gefallen. 3,6%. Das ist schon etwas Massives. Gut, wir hatten zwar diesen massiven Anstieg. Man könnte jetzt sagen, jetzt haben die Konsumenten aber doch trotzdem noch Geld. Schau doch mal an hier, Kieran. Das ist doch echt gering, dieser Anstieg. Naja, dann schauen wir doch mal. Other Deposit Liabilities. Das ist ein guter Proxy für Spendable Money. Also Geld, was die Menschen wirklich ausgeben können. Und der ist sich minus 6,8%. Der ist ganz, ganz stark hier im negativen Bereich. Negativer als 2008. Negativer als Dotcom-Bubble. Natürlich hatten wir auch einen Anstieg, wie wir ihn vorher auch nicht hatten. Aber dieser Ausschlag nach unten, dieser Ausschlag nach oben, diese Extremen, dieses Springen dazwischen, das, was die FED eben auch möchte, was sie auch eben unendlich viel aktuell kostet. Ihr seht, wie viel jährliche Interest Payments die US-Regierung aktuell hat. Sie können die Zinsen gar nicht so lange so halten. Sie reiten sich damit nur noch weiter und tiefer in den Monsoon quasi. Und gut, es sieht alles negativ aus. Gut, auch auf dem Chart, wenn wir uns das auf unserem großen Makro-Chart anschauen, sieht es aktuell danach aus, die Zinskurven-Inversion, die nimmt aktuell ein Ende. Ihr wisst ja, das ist der erste Schritt für die Rezession, für den rezessiven Crash. Erst passiert das, Zinskurven-Inversion, dann nimmt das Ganze ein Ende. Dann haben wir ein Plateau bei den Leitzinsen erreicht. Darüber sprechen wir seit Monaten schon. Es ist so interessant zu sehen, wie es exakt so eintrifft. Und dann steigt die Arbeitslosenquote. Unser erster Schritt von unseren ganz simplifizierten drei Schritten, der scheint bald zu Ende. Warum? Weil die langfristigen Staatsanleihen aktuell verkauft werden, wie sonst was. Zu Verlust von anderen Ländern. Und das Zinsplateau, das haben wir, denke ich mal, auch schon erreicht. Da kommen wir jetzt zumindest mal jetzt dazu, nachdem wir uns diesen Chart hier angeschaut haben. Denn wenn alles ja so negativ ist, wo bleibt denn die Rezession? Das ist dann die Frage, die dann immer von sehr, sehr naiven Menschen kommt, die sagen, hey, aber der Bitcoin, der ist doch gerade am steigen. Und die Rezession, nee, glaube ich nicht, dass die kommt. Rezessionen haben die Gewohnheit, sich ihre eigene Zeit zu lassen, ungeachtet unserer Vorhersagen. Und unabhängig davon befinden wir uns auf der Timeline gar nicht mal so weit davon entfernt. Denn wir wissen ja, dass bei fast jeder Rezession eigentlich, ich glaube, das hat sogar eine 100%ige Hitrate in der Vergangenheit, die Zinskurvenversion. Das ist vom ersten Zeitpunkt, wo die Zinskurvenversion passiert ist, nimmt man dann die Monate und sagt, bis dahin passiert die Rezession im Durchschnitt. Und was wir erkennen können, der Durchschnitt ist bei 18 Monaten. Wir sind jetzt hier aktuell, Oktober 2023. Das heißt, nach dem Durchschnitt wäre das in ungefähr sechs Monaten oder weniger als sechs Monaten. Natürlich kann es auch länger dauern. Verglichen jetzt mit den vorherigen Rezessionen, wenn wir uns anschauen, wie lange die gedauert haben, hätte es beispielsweise hier bei den 2000ern früher passieren müssen, mit der Covid-Rezession natürlich deutlich früher. Aber wenn wir uns mit der großen Rezession damals vergleichen, dann würde das sich bis zum Juli strecken, mit der 1990er Rezession, Januar, mit der 1980er Rezession, im Dezember. Und wenn wir einen Vergleich nehmen, es gibt natürlich noch einen Outlier, das ist die Rezession 1969, 1970, die oft verglichen wird, weil ja auch die Inflation sehr, sehr hoch war und zurückgekommen ist, dann würde das Ganze noch ewig lange, 2026 dauern, was nicht heißt, dass sie nicht kommt. Natürlich, wenn wir jetzt in diesem Szenario sind, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, ich glaube, es ist eher wahrscheinlich, dass wir hier zwischen großer Rezession und 1990er Rezession irgendwo sind. Mein Bett ist ja April, Mai 2024, also zweites Quartal. Dann sollte man jetzt auf jeden Fall schon vorsichtig werden und sich Gedanken darüber machen, Wenn das der Fall sein sollte, 2026, dann gehen wir natürlich noch mal deutlich, deutlich, deutlich weiter nach oben und sehen wahrscheinlich überall noch mal ein neues Altsado. Wie gesagt, ich habe auch keine Glaskugel, aber die Rezession, die kommt und die ist auf ihrer eigenen Timeline genauso, wie sie es bei jeder vorherigen Rezession war. Schauen wir in die Makrosituation, wie gesagt, wir haben in einem Tag und ich werde dieses eigenes Livestream hier auf diesem YouTube-Kanal das FOMC-Meeting und es wird das interessanteste FOMC-Meeting, denn aktuell geht der Markt davon aus, wir haben das Plateau erreicht, das war's, es kommt keine Zinserhöhung und das ist interessant an Betracht der Sache, dass die Inflation zurück ist bei 3,7%, wir gehen davon aus, in den nächsten zwei Monaten geht es noch mal ordentlich hoch mit der Inflation, selbst wenn Powell jetzt nichts macht, dann wird er im Dezember spätestens wieder erhöhen müssen oder die Wirtschaft kracht bis dahin zusammen, er muss cutten oder seine Worte jetzt im nächsten Meeting signalisieren ganz andere Dinge, wir kriegen vielleicht sogar das Szenario, was keiner kommen sieht, aktuell sieht der Markt 97% keine Zinserhöhung, 2% sogar Zinskürzung, vielleicht sehen wir plötzlich eine Kürzung, vielleicht sehen wir sogar eine Erhöhung, keiner weiß es, wichtig und interessant sind aber vor allem wie immer seine Worte, werden uns das auf diesem Kanal wie gesagt gemeinsam anschauen, das Ganze findet am 1. November, wenn ihr das Video schaut, am 1. November, also morgen um 19 Uhr statt auf meinem Kanal hier, der Livestream schaltet ein, ich werde vielleicht ein bisschen früher live gehen, ihr werdet dann sowieso aber auf meinem Kanal die Livestream-Benachrichtigung sehen und beitreten können dann, ja die Makrosituation ist nach wie vor nicht gut, ich habe es gerade schon mal kurz angeteasert, der erste Schritt ist wie gesagt, Zinskurveninversion hört auf, das Ganze geht wieder ins Positive, einfach dadurch bedingt, dass die langfristigen Staatsanleihen abverkauft werden, das Zinsplateau ist erreicht, es scheint so, als hätten wir es erreicht, hier, ihr seht es, Zinsplateau erreicht und auch hier Zinsplateau erreicht und dann geht die Arbeitslosenquote hoch und während die Arbeitslosenquote hochgeht, geht es bei uns bergab, wir sind jetzt aktuell kurz davor, dass die Arbeitslosenquote hochgeht, die ist zwar nämlich noch seitwärts, aber wir sehen ganz klar hier, die Temporary Services Unemployment, also die Temporary Dienstleistungsarbeitslosenquote, die ist schon massivst am Ansteigen auf Niveaus, die sie nicht eigentlich ansteigen sollte und wenn wir uns das Ganze mit den vorherigen Rezessionen anschauen, hier 2001.com-Bubble, auch da ist das Ganze erstmal hochexpliiert, das Grüne hier und dann ging erst die Arbeitslosenquote hoch und das war dann der Zeitraum, wo der Crash passiert ist und dasselbe auch hier, Anstieg vorher aus dem negativen Bereich in den positiven, deutlich schneller und höher als die Arbeitslosenquote hier ungefähr auf dieses 0,8er Niveau, wir sind jetzt schon auf 1,5er Niveau und dann auch hier markiert in Grau, große Rezessionen, das Ding ist explodiert, dann die Arbeitslosenquote mit einem Lag hinterher explodiert und ich sage es euch so wie es ist, es ist nicht schön zu reden, die Situation ist nicht schön zu reden, deswegen verstehe ich es auch nicht, warum die ganzen Inflation, sie tun die Inflation, die Institutionen kommen, die Institutionen kommen, aber wenn wir uns die Stablecoins anschauen, ich war im letzten Video optimistisch, ich habe gesagt, wenn das der Beginn von einem neuen Zufluss ist, dann wäre das etwas Positives, wir haben 2 Milliarden Zufluss gesehen und jetzt hat sich das Ganze wieder reduziert, jetzt sind wir nur noch bei 1,3 Milliarden unterm Strich und es sieht immer mehr danach aus, als wäre das hier so ein temporärer Anstieg, temporärer Anstieg und dann wieder ein Fall runter, temporärer Anstieg, Fall runter. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze wendet, ich bin ja auch dem Ganzen positiv getrimmt, aber ich würde sagen, Freunde, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung und meine persönliche Meinung ist relativ eindeutig, der Bitcoin ist seitwärts, seitdem die Institutionen zurück sind. Wo sind die jetzt? Sind die jetzt verschwunden plötzlich? Wollen die jetzt plötzlich nicht mehr kaufen? Ist denen das Ganze zu teuer? Wir haben so ein bisschen Shorting, was wir aktuell sehen, was wegen einem Interesse auf jeden Fall daran bestehen könnte, hier den Preis nach oben zu pushen. Es würde auch den Optionsverkäufern helfen, wenn wir uns nochmal hier noch mit einer Bewegung mindestens Richtung 36.000 Dollar bewegen, ehe wir vielleicht eine etwas größere Korrektur sehen, aber wir sehen auch so ein paar Verkaufsorders, die jetzt in den letzten Tagen dazugekommen sind. Was für mich wichtig ist, und das habe ich auch im letzten Video gesagt und darauf achtet irgendwie keiner aktuell, zu schauen, ist dieser Kapitalzufluss, von dem alle reden, überhaupt da? Und das Ganze kann man erkennen, wenn man nicht nur auf den Bitcoin schaut, denn die Bitcoin-Dominanz ist ja am steigen, am steigen, am steigen, sondern Marktkapitalisierung, außer Bitcoin, ist noch nicht auf einem Niveau, wo man sagen kann, diese rote Linie ist durchbrochen. Die haben wir im letzten Video gesetzt. Ihr seht, wir sind einmal noch weit von entfernt. Und im Gesamtmarkt, wo man sagen kann, vielleicht fließt ja das Geld in andere Kryptowährungen, sind wir auch, sind wir immer noch nicht über dieser roten Linie. Auch hier hat das Ganze ein Plateau erreicht, auch hier gibt es keinen weiteren Kapitalzufluss, das muss hier drüber gehen. Und wir wollen mehr Stablecoins. Diese Linien müssen steigen, damit wir sagen können, okay, es geht jetzt nochmal ordentlich nach oben, außer eines Squeezes. Weil ein Squeeze kann immer passieren. Ein Squeeze jetzt hier nochmal auf 36.000 kurz hoch und dann meinetwegen hier auf 36.000 und dann so ein kleines Blow-Off und dann aber eine richtig gewaltige Korrektur runter auf 31, die dann alle verbrennt, weil dann alle hier oben davon ausgehen werden, gut, jetzt geht es Richtung 40. Das kann passieren, ohne dass ein neuer Kapitalzufluss passiert. Da reichen die Futures-Märkte. Aber, wer weiß, ob John Paul uns schockiert und wir vielleicht sogar so ein Szenario sehen, dass wir einfach runterplumpsen auf diese 31.000 Dollar. Hier würde ich zumindest den nächsten Support sehen. Wenn ihr mich fragt, wie verhalte ich mich, komme ich zu meiner Persönungsprognose? Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin gespannt. Ich kann nicht in Jerome Pauls Kopf reinsehen. Ich würde ihn als einzigen kurzfristigen Negativ-Katalysator sehen, dass wir so ein Ereignis hier sehen. Oder wenn einfach die Puste ausgeht, wenn gar kein neues Geld mehr dazu kommt, was vielleicht ein bisschen besorgniserregend sein könnte, wenn man sich die Charts aktuell anschaut. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben auch sehr, sehr viel positives Funding. Wir haben zwar auch Shorts, die auch eröffnet werden, aber der Kurs, der ist gerade so ein bisschen wie so ein Spielzeug, was hin und her geworfen wird von den größeren Marktteilnehmern. Natürlich nicht in gigantischem Ausmaß, aber schon doch in einem gewissen Ausmaß. Weswegen ich an dieser Stelle weiterhin strukturell, und das ist für mich entscheidend, solange wir über 32.500 Dollar sind, bleibe ich in meinen Long-Swing-Positionen. Und ich versuche, umso höher wir gehen, umso mehr Profite zu realisieren. Aber sollten wir das nach unten hin durchbrechen, dann werde ich ganz schnell in meinen Short zurückwechseln. Vor allem, wenn wir das Ganze hier unter 31.400, 31.500 konfirmen. Sprich, wenn wir jetzt hier beispielsweise, zack, so eine Aufwärtsbewegung, Short Squeeze und dann runter und dann crashen wir runter. Solange sich das Ganze hier hält, kann es wieder nach oben gehen und dann glaube ich, wird es mit einem neuen Kapitaldrang, mit einem neuen Spotkapital auch vielleicht nochmal Richtung 40.000 gehen, ehe wir die große Korrektur sehen, beziehungsweise würde ich mir das erhoffen, weil sonst landet der Bitcoin auf einem Niveau, auf dem wir ihn nicht mehr sehen werden. Aber aktuell ist das auch meiner Meinung nach das wahrscheinlichere Szenario, weil die Struktur ist ganz klar wieder bullish auf den größeren Timeframes, aber man muss dann hier ganz vorsichtig schauen, was passiert hier und sollten wir dann hier statt so ein Szenario plötzlich so ein Szenario sehen, dann werde ich hier auf jeden Fall direkt wieder den Short eingehen. Wir sind da zwar jetzt noch weit von entfernt, aber ich will euch schon mal davor warnen und ich will es früh genug sagen, damit nicht wieder alle sagen, oh, aber du hast doch ein bullisches Video vor drei Wochen hochgeladen, jetzt heute ist der Kurs nach unten gecrashed. Es ist von den Konditionen abhängig. Wir handeln konditionell und wir denken differenziert und es ist davon abhängig, wie viel Kaufkraft haben wir am Ende des Tages und wir bewegen uns dann mit der Welle dieser Kaufkraft entweder nach oben oder nach unten. Vorhersehen kann das aber niemand. Wir versuchen natürlich immer on top of it zu sein, deshalb eben auch der Livestream. Wie gesagt, auf meinem Kanal morgen ungefähr 19 Uhr. Ihr seht es auf meinem Kanal. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gehen und dann euch eine Benachrichtigung setzen, weil ich das schon online stellen werde. Das wird sehr, sehr spannend und ich würde sagen, ich bleibe weiter in meinem Long, außer wir crashen hier tief runter. Ich werde jetzt nicht versuchen, hier das hier mit hoch zu spekulieren, beziehungsweise doch, das spekuliere ich ja mit hoch, weil mein Long Swing noch da ist, aber ich werde jetzt nicht versuchen, das hier mit runter zu spekulieren, weil es kann ganz klar hier zu einer kleinen Korrektur und dann wieder einen Bounce und wieder nach oben gehen. Vielleicht ein paar Meinungen auf Twitter, die euch etwas helfen könnten. Das hier ist die Meinung von Pentoshi. Die sehe ich relativ ähnlich. Ich glaube doch, dass es möglich ist, dass wir diesen Push nach oben sehen. sollte, ganz wichtig die Kondition, Jerome Powell oder Gary Gensler, wenn am Ende irgendwas mit Binance passiert, uns da nicht einen Strich durch die Rechnung ziehen oder der S&P 500 auf einmal runter crashen, wobei es da eigentlich aktuell relativ positiv ausseht. Wenn der jetzt hier so ein kleines positives Momentum kriegt, könnte das schon dem Bitcoin helfen, dass er sich da eben wieder fängt und das genau so ein Szenario passiert. Hoch auf die 36, alle Liquidität rausgenommen, alle denken, jetzt kommen die 40, dann schön runter und einen neuen Support bei 31.000, 32.000 Dollar bilden und dann hoch auf die 40k, ehe dann der Rezessionscrash kommt. Das sehen auch viele andere Analysten ähnlich, die sagen einfach, schaut euch die überliegende Struktur an, die ist nicht bärisch, die ist aktuell bullish. Deswegen bleiben wir bullish, bis sie wieder bärisch wird. Es sieht nicht danach aus, dass man jetzt unbedingt shorten muss. Natürlich kann man das und dann spekuliert man eben darauf, dass man die Person ist, die entweder diesen Price Move hier catcht, aber da ist einfach das Risk-Grid-Ratio aktuell meiner Meinung nach nicht so gut. Heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Wenn ihr euch mit anderen Tradern austauschen wollt, weil ich glaube, dass davon das Trading lebt und ich freue mich auch darauf, meldet euch gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei der Börse BitGrid an. Ich benutze die Börse jeden Tag zum Traden. Sie ist Top 5 vom Handelsvolumen her und meine private Trading Community, AlphaDoyo, launcht er jetzt bald. Jeder, der bereits angemeldet ist, hat einen kostenlosen Zugriff zu dieser Gruppe mit täglichen Research-Papern. Da wollte ich auch so ein kleines Beispiel geben. Hier ein kleines Update, haben wir auf Twitter gepostet. Jeden Tag wird ein Research-Paper mit den wichtigsten Nachrichten von Twitter, die die Märkte bewegen, exklusiv für unsere Mitglieder zusammengestellt von einem Research-Team aus Analysten online kommen und jede Woche kriegen wir auch nochmal eine Weekly, also wirklich für Leute, die nicht Zeit haben, den ganzen Tag auf Twitter zu scrollen. Das ist eines der vielen Features, die man hier wirklich 100% kostenlos kriegt. Die einzige Einstiegshürde ist, mit meinem BitGrid-Link angemeldet zu sein. Damit unterstütze ich diesen Kanal, damit kann ich das Ganze finanzieren. Es geht auch teilweise Geld zurück an die, die hier teilnehmen. Die Gründe, warum ich BitGrid benutze, findet ihr auf meinem Twitter. Es ist eine Top-Börse, es gibt Euro-Ein- und Auszahlung, Proof-of-Funds und wie gesagt, Link in der Videobeschreibung anmelden über meinen Link. Unterstütze diesen Kanal plus ich kriege Zugang zu dieser wundervollen Community. Sobald sie wieder ist, ich denke so 2-3 Wochen maximal noch. Wir halten euch auf Twitter auf dem Laufenden. Ich würde sagen, das war es für mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video und im Livestream morgen. Schaltet ein im Livestream, da gibt es auch eine Ankündigung, die ich wahrscheinlich im Livestream machen will. Bis dann, ciao.